Einen schönen Vormittag bei der URF-Pressestunde, sagt man normalerweise hier an dieser Stelle. Heute sage ich einen schönen Vormittag bei der Runde der Chefredakteure. Das Thema, nicht überraschend, der Rücktritt des österreichischen Bundeskanzlers, mit dem bis gestern nicht wirklich gerechnet worden ist. Und dazu begrüße ich jetzt meine Gäste. Zunächst die Chefredakteurin des Kurier Maria, Martina Salomon. Ich habe gewusst, dass ich einen Vornamen falsch sage. Wir kennen uns erst 30 Jahre. Martina Salomon. Klaus Herrmann, Chefredakteur der Kronenzeitung. Herzlich willkommen. Alles gut. Rainer Nowak, Chefredakteur der Tageszeitung Die Presse. Willkommen. Petra Stuber, stellvertretende Chefredakteurin des Standard. Schönen guten Tag. Eva Linzinger, stellvertretende Chefredakteurin des Nachrichtenmagazins Profil. Schönen guten Tag. Und ganz vom Westen der Chefredakteur der Vorarlberger Nachrichten, Gerold Riedmann. Schönen guten Tag. Ja, normalerweise mache ich sowas nicht. Eine Einleitungsfrage ohne konkrete Frage. Ich mache es einmal offen. Wie überrascht waren Sie, Frau Chefredakteurin Salomon? Und haben Sie gerade gestern damit gerechnet? Also gestern haben wir noch nicht damit gerechnet. Wir haben ja natürlich recherchiert wie die Wilden. Und es war schon sehr... Also gestern war es überraschend für uns. Ich halte es für einen guten Move, dass wir jetzt nicht in Neuwahlen taumeln. Also weder eine Vier-Parteien-Regierung, noch eine Minderheitsregierung, noch eine Beamtenregierung, die ja gekommen wäre wahrscheinlich, wäre eine jetzt in der jetzigen Situation eine vernünftige Alternative gewesen. Oder zumindest nicht eine stabile Alternative gewesen. Das heißt, wir wären in Neuwahlen gegangen. Das jetzt vermieden zu haben, ist gut. Und mit Alexander Schallenberg steht jetzt ein Diplomat an der Spitze, bei dem man nicht erwarten kann, dass solche Kraftausdrücke verwendet werden. Auch nicht in der Vergangenheit, die wir da in den Chats jetzt gelesen haben. Das ist, glaube ich, auch ganz gut zur Beruhigung. Ein guter Move. Sind auch Sie das so? Ja, das war ein sicher notwendiger Move. Und um auch an gestern zurückzudenken, wir waren mit der Zeitung für heute praktisch fertig, hatten ein Cover geplant, Österreich zwischen Wackelkoalition und Neuwahlen. Und haben das natürlich dann alles binnen einer Stunde total ändern müssen. War eine große Herausforderung für uns. Aber es war für uns gestern ein wenig unerwartet. Wir hätten es vielleicht am Freitag eher erwartet. Da kam ja dann praktisch nichts um 19.30 Uhr. Gestern dann doch. Und es war wohl gut, um Druck herauszunehmen, weil es wäre jetzt sicher heute und morgen explodiert. Also üblicherweise ist es so, dass Journalisten jetzt gesagt hätten, eigentlich haben sie es eh gewusst. Ich habe am Donnerstag eine Runde in UF3 moderiert, wo alle gesagt haben, naja, eigentlich war klar, wie sich das entwickeln wird. Jetzt doch überrascht oder haben auch Sie damit gerechnet, dass das jetzt kommt? Im Nachhinein kann man sagen, es war das Naheliegendste und es war dennoch überraschend. Ich denke, auch die Opposition hat recht, wenn sie sagt, das System Kurz möchte, wird möglicherweise weitergehen. Aber es ist natürlich eine große Veränderung. Es kann sein, dass das nicht auf Zeit ist. Es kann sein, dass das ein Abschied auf Raten von Sebastian Kurz ist. Es kann sein, dass möglicherweise ein Minister Schallenberg, obwohl eigentlich Beamter und nicht Politiker, Spitzenkandidat für eine Nationalratswahl der ÖVP wird. Also all das ist möglich und das ist mit diesem Wechsel gestern passiert. Vorerst einmal bleibt Sebastian Kurz im Spiel. Er könnte sein, eine Art, weiß ich nicht, Schattenkanzler im Nationalrat. Das haben wir in der österreichischen Republik schon ein, zwei Mal erlebt mit Jörg Haider, der da aus dem Berndalm die Koalition mitregiert hat. Also das kann alles passieren und dennoch kann es der Beginn eines Abschieds sein. Also ich oute mich jetzt. Ich hätte gestern nicht geglaubt, dass der Kanzler geht. So gesehen wäre ich daneben gelegen. Überraschend oder nicht überraschend? Also es war schon so, dass unser innenpolitisches Ressort im Standard natürlich hoch alarmiert war. Und alle, wie auch in allen anderen Medien, die wir geschaut haben, recherchiert haben, also dass sich irgendetwas tun wird, irgendetwas über das Wochenende, das glaube ich, damit haben die meisten gerechnet. Dass es dann das ist, glaube ich, lag daran, dass der Sebastian Kurz dann doch unterschätzt hat, dass die Grünen nicht nachgeben werden diesmal, sondern dass sie irgendwie dabei bleiben werden. Und insofern war das dann gestern Abend doch sozusagen ein recht überraschender Schritt. Und wir haben den Leifticker angeworfen und haben geschaut, was kommt dabei raus. Und wie er dann gesagt hat, er wird eine Pressekonferenz geben, da war es dann eigentlich relativ klar, was kommen wird. Weil alles, hätte er das selber gesagt, wie noch am Freitag, das hätte keinen Sinn gemacht. Und ich glaube halt, dass er nicht das Beste für das Land getan hat, sondern zunächst einmal das Beste für sich getan hat. Also dieser Move ist ein guter Move für Sebastian Kurz, weil er eben sich damit noch nicht aus dem Spiel nimmt. Wie es weitergeht, ja, wir werden viel zu arbeiten haben in den nächsten Wochen. Jetzt hat es ja diese Pressekonferenz, diese überraschende, eigentlich schon am Freitag gegeben. Wir waren ja auch live drauf in Erwartung großer Dinge. Und das waren dann recht kleine Dinge. Was ist passiert, um die Frage ein bisschen zu verändern zwischen Freitag und Samstag? Am Freitag hat Sebastian Kurz eigentlich nichts gesagt am Abend, außer dass er sich nach wie vor als verfolgte Unschuld fühlt und dass er überhaupt keinen Grund sieht, Konsequenzen zu ziehen. Danach ist, glaube ich, zweierlei passiert. Erstens ist ihm schon langsam gedämmert, dass die Grünen es ernst meinen. Dass die wirklich nicht mit ihm als Bundeskanzler weitermachen, weil sie ihn aufgrund der Chats für moralisch diskreditiert halten. Weil sie einen Bundeskanzler, der so agiert, der so ungeniert an die Macht strebt, der möglicherweise, juristisch gilt ja die Unschuldsvermutung, auch kriminelle Aktionen gemacht hat, strafrechtlich relevante Aktionen gemacht hat, da gilt die Unschuldsvermutung, dass der moralisch nicht mehr haltbar ist. Das Zweite, was passiert ist, dass auch aus den Länder-ÖVPs der Druck gestiegen ist. Es haben manche sogar frei zugegeben. Sie haben sich die Protokolle nicht in aller Ruhe durchgelesen. Manche der ÖVP-Länderschefs und Landeshauptleute haben das getan und haben nach all den Dingen, die dort zitiert werden, wieder umgegangen wird mit Parteifreunden, wieder umgegangen wird mit Steuergeld, den Schluss gezogen, Kanzler Kurz ist nicht mehr haltbar, solange die Vorwürfe nicht geklärt sind. Und das scheint auch Sebastian Kurz selbst zwischen Freitag und Samstag gedämmert zu sein. Und es scheint auch etliche Machtworte von etlichen Landeschefs an ihn gegeben zu haben, zu sagen, geh selber, du bist nicht mehr haltbar. Rund um Sebastian Kurz heißt es ja eigentlich ganz anders. Die Argumentation ist, ich habe das heute auch schon in einer Sondersendung erzählt, dass man am Freitag gar nicht hinaus wollte, sondern eigentlich nur geschaut hat, dass die Grünen, die auftreten wollten gegen 19.30 Uhr, nicht allein bleiben mit ihrem Statement und deshalb Kurz schon an die Öffentlichkeit gegangen ist, dass er aber schon am Freitag eigentlich vorgehabt hätte, Platz zu machen. Ist das realistisch oder war es doch der Druck der Landeshauptleute, der nämlich interessanterweise, aber das werden Sie alle in Telefonaten mitbekommen haben, vom Team Kurz eigentlich so nicht gesehen wird? Nein, diese Legende darf man sich sicherlich unter ZIP-Redakteuren dann irgendwann erzählen, wie es um die Sendeplätze dort abging. Natürlich war das ein Abstechen auch des Werner Kogler, der da was sagen wollte, aber ich glaube, es geht mittelfristig jetzt nicht darum, dass ein paar Chats vergessen sind. Es geht nicht um ein paar Chats, die da passieren, um einen Thron, der nicht passt. Es geht darum, dass wir schürfen, ein ganzes Ökosystem an Korruption zu entdecken, an Inseratenkorruption, über das dieses Land noch lange reden wird. Da gibt es Verschlussakten, da gibt es Dinge, die herauskommen werden. Da kratzen wir heute mit diesen ganzen Chat-Auswertungen an der Oberfläche. Und das ist für eine Partei ein riesengroßes Risiko. Die Landeshauptleute mussten beim Projekt Ballhausplatz für Sebastian Kurz sehr viel Macht abgeben. Er hat die ÖVP geeint. Und gestern war das der Retourbrief. Nämlich insofern, in guten Zeiten ist die Macht bei dir, dann ist sie auch in schlechten Zeiten bei dir. Und darum war das ein riesengroßer Akt der Gesichtswahrung, um die Möglichkeit zu geben, den Rücktritt selbst in die Hand zu nehmen. Denn die Ablauffrist wäre der Dienstag gewesen, ein zweites Mal unter Burufen aus dem Parlament zu schleichen. Das wollte man dem Kanzler halt auch ersparen. Und ich glaube, dass es die Zeit gebraucht hat, wie vorher schon angesprochen, dass man am Freitag gemerkt hat, dass dieses Mal die Grünen nicht wieder kuschen. Von daher fand ich, es war nach wie vor ein von der türkisen Kommunikationsmaschine handgeklöppelter Rücktritt. Das Wort Rücktritt haben wir alle nicht gehört. Es war ein Zur-Seite-Treten maximal. Seine Ministerinnen und Kolleginnen wie die Elisabeth Köstinger hoffen, dass er bald wieder zurückkommt. Aber wenn man das seziert, bis die Vorwürfe entkräftet sind, man muss nur bei Karl-Heinz Grasser anrufen, um zu fragen, wie lange es dauert, um Vorwürfe zu entkräften. Das dauert über Wahltermin hinaus, ob sie in zwei Wochen oder in zwei Jahren sein mögen. Das heißt, bis die Vorwürfe entkräftet sind, das ist jetzt ein Kurzparkplatz. Ein Kurzparkplatz zum Dauerparken wird er nochmal umparken müssen. Sie wollten dazu was sagen? Ja, ich glaube schon, dass ausschlaggebend diese verkorkste Situation, über die wir jetzt schon geredet haben, am Freitag um 19.30 Uhr war. Wo ja offenbar wirklich die ÖVP die Wortmeldung von Werner Kogler crashen wollte. Hat sie auch. Danach, Kogler hat sich ja erst später und dann nur ganz kurz und wie wir gesehen haben, sehr grantig zu Wort gemeldet. Und da ja dann, er hat ja jeweils im Zwölfstundenrhythmus eigentlich nachgelegt. Er hat große Zweifel am Donnerstag gehegt. Am Freitag in der Früh hieß es dann, nur eine untadelige Person kann an der Spitze des Staates stehen. Und dann nach dem Kurzstatement, nach dem seltsamen am Freitag um 19.30 Uhr hat er dann gesagt, er hat kein Vertrauen mehr zu ihm. Ich glaube, spätestens da war klar, in der ÖVP und bei den Schwarzen und bei den Türkisen, das wird nichts mehr wissen. Wollen wir es vielleicht überhaupt so, dass ich nicht jeden und jede Einzelne aufrufen muss? Wir können ruhig eine lockere Diskussion führen. Nur sobald zwei gleichzeitig reden, wird es schwierig. Bitte. Was mir dazu noch einfällt, ist, ich denke, dieser Unterstützungsbrief mit den handgeschriebenen Unterschriften der Ministerinnen und Minister der ÖVP-Regel, das war ja auch am Freitag, also die These, dass er am Freitag schon gehen wollte, wozu organisiert er sich dann solche Unterstützungsschreiben? Da war ja der letzte Satz, also nur mit ihm und ohne ihn keine Regierung. Und es gab auch entsprechende Tweets von Elisabeth Köstinger. Und also ich, das ist wirklich eine Legende. Es ist ja da auch viel im Fluss. Und es gab übrigens auch keine Entschuldigung, das wollte ich auch nochmal sagen. Bei seinem Rücktritt, den er als solchen nicht benannt hat, er hat sich auch nicht entschuldigt für das, was hier passiert ist. Er hat gesagt, er würde so nicht mehr schreiben manche Dinge. Sehen Sie das als Entschuldigung? Nein, nein. Ich sage es nur, das hat so etwas formuliert. Ich habe die Schlüsselrolle. Und es kommt schon noch etwas dazu bei all dem. Er hat ja wirklich tagelang die Argumentation aufrechterhalten, dass sich alle Vorwürfe gegen ihn in Luft aufgelöst hätten. Das ist mitnichten der Fall. Es gibt den Vorwurf der Gelinderwig, der falschen Zeugenaussage. Da ermittelt die Staatsanwaltschaft, wie auch gegen alle möglichen ehemaligen und aktiven ÖVP-Politiker. Und diese jetzigen Vorwürfe, die noch wirklich sehr viel gravierender sind, wo es geht um Bestechung, Untreue, wirklich schwerwiegende Vorwürfe, da sind wir erst am Beginn der Ermittlungen. Da kann noch wirklich allerhand anderes kommen. Und das mag vielleicht er selbst geglaubt haben, in der im eigenen System, der alles geht, man kann sich über Gesetze hinwegsetzen, man kann sich über Regeln hinwegsetzen. Wir erinnern uns, der Minister Blümel hat auch geglaubt, eine Anordnung des Höchstgerichts, man muss Mail liefern, ist irgendwie wurscht und musste erst vom Bundespräsidenten dazu gezwungen werden. Also möglicherweise war diese Hybris bei ihm selbst verankert. Bei allen anderen war aber schon die Erkenntnis, dem Ober, das geht nicht mehr. Ich glaube, die größte Überraschung für ihn oder vielleicht auch sogar für uns war die Härte und die Konsequenz der Grünen. Ich glaube, es hat er massiv unterschätzt. Offenbar wurde er bis zuletzt, also bis Freitagabend, geglaubt, die blöffen nur, die trauen sich das nicht zu, die ziehen das nicht durch. Und siehe da, sie hätten es durchgezogen, in einer Vierer-Koalition, die vielleicht wackelig ist oder wie vorher genannt, die Neuwahlen. Auf jeden Fall waren die Grünen konsequent genug. Und das ist schon ein Treppenwitz der Geschichte, dass der Sebastian Kurz, der zwei Wahlen gewonnen hat, dann am Schluss trotzdem von Werner Kogler mehr oder weniger dazu gebracht worden ist, das Amt zu verlassen. Also das ist schon noch einmal eine eigene Wolte. Und das ist auch interessant, wie das jetzt weitergehen wird, weil das natürlich diese Koalition, ich glaube, Werner Kogler hat sogar mit Landeshauptleuten telefoniert und mit Regierungsmitgliedern, wie das denn wäre ohne Sebastian Kurz. Also das ist eigentlich eine tiefe Verstimmung, ein schwerer Bruch, ob die Koalition dann auch mit einem geschickten Diplomaten Alexander Schallenberg deswegen jetzt bis an die Legislaturperiode Ende hält, war nicht zu bezweifeln. Ganz kurz noch zur Vergangenheit, war es nicht einfach auch das Ereignis, beziehungsweise die diversen Sitzungen, die stattgefunden haben am Samstag, die ihn extrem unter Druck gesetzt haben? Also ich glaube, wir haben alle gehört, gestern Nachmittag, es wird ziemlich sicher eine Vierer-Koalition werden, wo die ÖVP nicht mehr dabei ist. Die ÖVP hat damit rechnen müssen und hat in der letzten Sekunde noch die Notbremse gezogen. War es nicht einfach die Aktualität, die ihn dann letztlich diesen Schritt setzen hat lassen? Es waren ganz sicher quasi ältere Würdenträger da jetzt auch noch dabei, die da hinter den Kulissen auch auf Sebastian Kurz eingeblendet haben. Nur ganz kurz, wieso eigentlich? Also wir haben ja alle erlebt, im Hintergrund wird sehr viel geredet, viel argumentiert, auch nicht immer nur Gutes. Und warum geht nicht einer vor die Kamera und sagt, ja, ich sehe es so? Nur als Zwischenfrage. Naja, aber ist das dann professionell, wenn der eine sagt der und der andere sagt was anderes und wir Journalisten schreiben dann, hey, die streiten ja in der ÖVP. Ich habe jetzt gemeint, man erfährt in Hintergrundgesprächen dies und jenes, also die Meinung eines Landeschefs, einer Landeschefin. Und dann bittet man sie, also in unserem Fall oder auch in ihrem Fall, na bitte, da ist die Kamera. Nein, um Gottes willen das nicht. Das ist ja das, was nicht ganz nachvollziehbar ist. Aber was natürlich unter Sebastian Kurz professionalisiert und perfektioniert wurde, und das war ja auch das Geheimnis seines Erfolgs, dass die Partei zum ersten Mal geschlossen war und nicht jeder dritte Hinterpänkler hinten irgendwas reingekäppelt hat. Und diese, die ÖVP war ja sehr lang unfassbar disziplinlos, zum ersten Mal war sie diszipliniert. Und das gehört auch zu einer professionellen Partei dazu, dass es in so einer Krisensituation auch weiter war, war eh erstaunlich. Und im Hintergrund haben da etliche älter Statements der ÖVP mitgemischt, um ihn da auch zu überzeugen. Also was ich da nur auch ergänzen will zum Rainer Nowak, Sebastian Kurz ist ja sehr nachtragend. Das heißt, wenn er jetzt im Hintergrund die Fäden weiterhin zieht, wovon wir momentan ausgehen, dann wird das für die Grünen auch relativ rumpelig. Also es wird zwar jetzt die ökosoziale Steuererfolg, Klimatik und solche Dinge, die das Herzens- und Kernanliegen der Grünen in dieser Koalition waren. Die werden zwar jetzt beschlossen, aber für weitere Projekte der Grünen wird sicher nicht ganz so einfach. Also insofern kann ich mir schon vorstellen, dass... Die drei wichtigsten haben Sie jetzt durch. Genau, also insofern könnte es eine Zeit lang auch eine ruhigere Phase geben, aber das haben wir schon oft gesagt. In dieser Regierung gab es doch nicht. Aber es wird nicht einfach, das weiterregieren, weil die ÖVP natürlich schon angefressen sein wird auf die Grünen, die da irgendwie sich hingestellt haben und gesagt haben, mit ihm nicht. Und quasi damit aus Sicht der ÖVP natürlich den Kurz auch weggeschmissen. Aber es wird auch weggeschmissen sein, weil momentan denke ich schon, auch in der ÖVP, auch rund um Sebastian Kurz, die Erkenntnis gereift ist, dass sehr viel auf Kooperation angelegt wird. Man wird jetzt versuchen, noch ein bisschen Stabilität zu machen, dass da Wunden da sind, ohne Frage. Aber das Zusammenspielen in den nächsten Tagen, ich meine, die ÖVP hat sich Zeit gekauft mit diesem Schritt. Es ist eine nach wie vor halb unklare Situation. Es ist nicht bekannt, nicht ausdiskutiert, wer die Fäden in der ÖVP zieht. Das Lager um Sebastian Kurz wird meinen, es zieht die Fäden. Der neue Bundeskanzler wird auch die Fäden ziehen wollen. Und wenn es um Regierungsarbeit geht, dann zieht deshalb, es zieht nicht mehr Sebastian Kurz die Fäden. Er spricht nicht mehr mit Werner Kogler. Und auch wenn man mit dem Klub sprechen will. Entschuldigung, das wäre aber genau meine Frage jetzt gewesen. Natürlich muss er mit Kogler sprechen, beide sind Parteichefs. Kann man jetzt wirklich sagen, Kurz zieht nicht die Fäden? Also ich glaube, dass die Partei eine tektonische Machtveränderung vollzogen hat. Dass es ein Wiederaufbäumen der Ländermächte gibt mit all den Schwierigkeiten und der Verzopftheit. Jetzt werden sich die Bünde auch noch melden die nächsten Tage. Wir werden nicht wieder alle blank unterschreiben, dass alles super ist. Es ist nämlich nicht alles super. Und Sebastian Kurz wird versuchen, das bei sich zusammenzuhalten. Da wird es Gegenbewegungen geben und in dem ganzen Konzert dürfte das durchaus interessant werden. Günter Platter spricht übrigens schon von Schwarz-Grün und nicht mehr von Türkis-Grün. Ich glaube, man soll auch nicht unterschätzen. Also ja, Alexander Schalenberg war mal der Pressesprecher von Sebastian Kurz. Er war vielleicht nicht im ganz innersten Kreis, aber sehr, sehr nahe dran. Aber er ist ein Diplomat, er kommt aus einem alten Beamtenadel sozusagen. Man soll nicht vielleicht unterschätzen auch, was eine Funktion mit einem Menschen macht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er sich auch so ein bisschen raus emanzipiert und versucht, seinen eigenen Weg zu gehen. Das löst aber noch nicht das Problem, wenn es zu Neuwahlen kommt, wer ist dann der Spitzenkandidat? Er ist dann sozusagen der, der vielleicht eine sehr, sehr gute Rolle gespielt hat, als neuer Kanzler, ist er dann automatisch der Spitzenkandidat der ÖVP. Also was wäre die Rolle ganz sofort? Der Herr Schalenberg, was hat er für eine parteipolitische Linie? Also ich kenne ihn auch schon sehr lange, er ist immer aufgefallen als Europapolitiker, als Außenpolitiker, als zum Teil sehr seriöser Sachpolitiker, den parteipolitische Geplänkel überhaupt nicht interessiert haben. Er ist am Schluss in der Migrationsfrage extrem hart geworden, zum Teil schärfer formuliert als der Bundeskanzler. Aber ich weiß nicht, welche sozialpolitische Einstellungen er hat, welche wirtschaftspolitische. Ich gebe die Frage jetzt mit an Sie weiter. Wer ist Herr Schalenberg? Ist es nicht doch so, dass möglicherweise Sebastian Kurz, August Wöginger, den wir nicht vergessen dürfen, komplett loyal zu Kurz, nach wie vor die Linie weiter ziehen? Ja, natürlich, weil ich frage mich, wer wäre die Macht hinter Alexander Schalenberg, wenn es nicht Sebastian Kurz ist? Die Länder, die Länder Kakophonie, die Länder finden, die schwarzen Landesfürsten finden ein bisschen, und Fürstinnen finden immer wieder ein bisschen zueinander. Aber dass die jetzt, die Frauen und Herren hinter Schalenberg werden, sehe ich gar nicht. Also da sehe ich schon für die nächsten Wochen, Monate absolut Sebastian Kurz als das Machtzentrum. Es wird ja auch schon betont, er hat gerade mit 99 Prozent die Wiederwahl zum Parteivorsitzenden gewonnen. Und das ist gerade mal ein Monat aus. Aber wer weiß, welche Chats noch kommen? Naja, das ist die andere Frage. Aber haben wir jetzt drei ÖVPs, also da die türkise ÖVP rund um Sebastian Kurz. Dann haben wir die verschiedenen Länderinteressen, die sind in schwarz. Und dann haben wir eine ÖVP des Herrn Schalenberg, die wir alle noch nicht genau kennen. Die ÖVP des Herrn Schalenberg, falls es sie gibt, ist zumindest im Moment auch noch reichlich überschaubar, glaube ich. Das kann sich aber ändern, weil Schalenberg ist ja insofern interessant. Er war ja auch als einziger ÖVP-Minister Mitglied in der Expertenregierung und der Bundeskanzlerin Bierlein. Damals nicht nur zum Wohlwollen der ÖVP, manche haben ihm das sogar als Verrat ausgelegt, warum er denn da abgewählten, wie er Misstrauensantrag aus dem Parlament gekickten Kabinett kurz nachfolgt. Also er hat durchaus immer wieder Eigenständigkeit gezeigt. Das ist jetzt echt zu früh, um das zu beurteilen. Aber Alexander Schalenberg ist prinzipiell schon zuzutrauen, auch einen eigenen Weg zu gehen und möglicherweise auch etwas Ruhe und Stabilität da hineinzubringen. Weil es sind ja natürlich auch manche Umfragen diskreditiert durch diesen Korruptionsskandal. Aber was schon klar ist, ich glaube, es gibt eine gewisse Sehnsucht einfach auch in der Bevölkerung, dass er mal in Ruhe weiterregiert wird. Wir haben jetzt seit 2017 mehrmals Neuwahlen erlebt, Koalitionsbrüche erlebt, Dramen erlebt, Ibiza erlebt, zum Schluss auch noch die Corona-Pandemie. Ich glaube wirklich nicht, dass es eine große Sehnsucht, außer vielleicht bei den Parteitaktikern, die gerne solche Spielchen spielen, eine Sehnsucht gibt nach Neuwahlen. Möglicherweise funktioniert das mit den Grünen. Möglicherweise kann es Schalenberg auch schaffen, einen neuen Ton in die Koalition hineinzubringen. Weil ich gebe schon recht, die Grünen haben jetzt Muskeln gezeigt und können mit der Muskelkater aufwachen, weil die ÖVP sich rächen will. Aber vielleicht kommt eine neue Tonalität ein und es ist jetzt der x-te Anlauf für das Beste aus beiden Welten. Diesmal aber vielleicht wirklich. Reiner, dann würde ich ganz gerne kurz über diese Vierer-Koalition noch sprechen. Soll ich oder? Nein, Sie wollten noch was sagen dazu. Nein, ich wollte noch was sagen. Was ich sehr interessant finde, ist die neue Rollenverteilung. Weil das, was Schalenberg am besten kann, ist das, was Sebastian Kurz am liebsten mochte. Nämlich auf den EU-Rat fahren und irgendwie mit Europapolitikern oder anderen Premiers parlieren oder nach New York reisen. Also das wird jetzt alles Schalenberg machen und übernehmen, während die nicht ganz so angenehme Aufgabe für Kurz, nämlich im Nationalrat zu sitzen. Also ich hätte jetzt bisher nicht den Eindruck gehabt, dass Sebastian Kurz ein glühender Parlamentarier ist und das besonders schätzt, sich dort zu arbeiten oder dort zu profilieren. Also das wird auch nochmal spannend, wie er diese Rolle anlegen wird, beziehungsweise wie stark der Herr Schalenberg in Zukunft quasi einen Ersatz- oder Zweitbundespräsidenten geben wird, der irgendwie präsidial drüber schwebt und Termine, die der Alexander Van der Bellen vielleicht gar nicht machen will, übernimmt. Also das finde ich sehr interessant. Und so eine Vierer-Koalition, ich hätte die wirklich für realistisch gehalten. Also auch etwas, was wir vor wenigen Wochen, Monaten, Jahren für völlig undenkbar gehalten hätten, nämlich eine Koalition der SPÖ, Neos und Grünen mit der FPÖ. Aber was man so in den letzten Stunden, Tagen gehört hat, war das möglich. Genau, das wollte ich jetzt kurz sprechen auch mit Ihnen, vielleicht Frau Salomon zuerst. Das heißt, ich glaube das schlicht und einfach nicht. Also ich weiß, alle haben gesagt, das kommt jetzt. Aber wie soll der Parteichef der Grünen vor seine Basis, vor seine Funktionäre treten und sagen, ja, wir regieren jetzt mit Herbert Kickl. Wäre das wirklich so geworden? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Also ganz weit hinausgelehnt hat sich ja die SPÖ und der Pamela Rendi-Wagner zu unserer aller Überraschung, muss ich sagen. Wir haben ja auch noch am Kuriertag, am Freitag, hat uns auch Bürgermeister Michael Ludwig überrascht, indem er auch einen fliegenden Wechsel nicht ausgeschlossen hat, was die SPÖ immer ausgeschlossen hat und auch er selber. Er hat immer gesagt, es muss da zwischen Neuwahlen geben. Dann gab es ja eigentlich eine Parteidoktrin, das sind die Schmuddelkinder von den Blauen, an denen streift man nicht an. Dann sagt die Pamela Rendi-Wagner auch ganz offen, dass sie sich mit Kickl trifft. Das finde ich war schon sehr entlarvend. Also diese Geschichte, spiel nicht mit den Schmuddelkindern und wir sind die Supersauberen, die ist jetzt ein bisschen schwieriger weiter zu erzählen und schadet vielleicht auch ihr als Parteichefin, die durchaus eh auch sehr umstritten ist in der Partei. Damit könnten sogar die Gegner von ihr in der Partei, hätten sogar ein Argument in der Hand, um sie abzulesen. Aber nicht Doskozil, der gerade nicht. Nein, das ist natürlich die Doskozil-Linie, die sich übrigens auch in der Migrationsfrage gerade durchsetzt, interessanterweise. Also in allen Punkten setzt sich jetzt plötzlich die Doskozil-Linie durch, die man bisher eigentlich eher von den wichtigeren Personen in der Partei ausgeschlossen hat. Aber diese Hoffnung auf eine entkickelte FPÖ, mit der man dann plötzlich irgendwie regieren kann, das sind ja auch immer Überlegungen, die immer in solchen, wir alle machen diese Geschichten, in welchen Varianten, in welchen Szenarien könnte es weitergehen. Und da gibt es viele Szenarien und die allermeisten davon sind einfach nicht tragfähig oder könnten theoretisch möglich sein. Und der Verfassungsjurist bestätigt, das würde gehen, aber dann kommen es halt doch nicht. Ich finde, das jetzt gewählte Konstrukt, und das muss man der ÖVP ja auch zugutehalten, ist eines der vielversprechendsten für den jetzigen Zeitpunkt. Das hat Neuwahlen auf Sicht verhindert. Danach sieht es heute Sonntagvormittag aus. Und wie lange das halten wird, das wird von der Ambition des neuen Bundeskanzlers abhängen. Ich glaube auch, dass es die unterschiedlichen ÖVPs nicht gibt, weil so einheitlich, wie die ÖVP agiert hat, war es wirklich schon lange nicht mehr der Fall. Nur die Frage ist, ob Sebastian Kurz mittelfristig Teil der ÖVP ist oder ob er sich auf seine, was auch manche eben, eben sehr ans Herz legen, auf seine Verteidigung nun konzentrieren wird müssen, die nächsten Monate jedenfalls, und nicht darauf, welche Deals mit anderen Parteien zu machen sind. Interessant finde ich auch, wir reden jetzt über Kickl und über mögliche Koalitionen mit Herbert Kickl. Ich wäre schon gerne noch dabei geblieben. Ich weiß, alle wollen immer nur über Sebastian Kurz reden. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, wie eine Vier-Parteien-Koalition mit Kickl unter Themen wie Corona und ökosozialer Steuerreform, wie die länger als ein paar Wochen halten sollte. Weil ein paar Wochen müsste es sich wohl halten, weil es ja in Österreich ist lange dauert, bis Neuwahlen tatsächlich angesetzt werden können. Aber kann nicht funktionieren, kann nicht über eine gewisse Zeitdauer hinaus funktionieren. Aber lustig finde ich ja und interessant finde ich in dem Zusammenhang, wie sehr sich die ÖVP wieder einmal, nicht nur in den letzten Wochen in Sachen Corona, gegen Kickl positioniert hat, sondern auch jetzt wieder den Herbert Kickl als den Teufel an die Wand gemalt. Ihr drei Parteien setzt euch jetzt mit Kickl zusammen. Wenn man da jetzt in die Zukunft weiterdenkt, Neuwahlszenario, ob man sich nun dem Kollegen Riedmann anschließt, dass auf absehbare Zeit keine Neuwahlen kommen oder doch eher bald. Aber was passiert dann? Kann eine ÖVP mit Sebastian Kurz oder wem auch immer mit einer FPÖ und Herbert Kickl koalieren? Nein, mit den Grünen sicher auch nicht. Sie konnte mit dem koalieren als Innenminister. Also diese Warnung mit der ÖVP finde ich jetzt nicht sehr glaubwürdig. Ich darf mich gar nicht einschalten, ich bin ja nur Moderator, ich mache es trotzdem. Das höre ich natürlich auch immer wieder. Wie kann man, wie können die mit einem Rechtsextremen zusammenarbeiten? Und auf die Frage dann, na ihr habt ja selbst mit denen koaliert, kam immer, aber da wussten wir nicht, was für ein Corona-Leugner er ist und welche unglaubliche Linie er da fährt. Ist das glaubwürdig? Jetzt wissen Sie es. Also ich denke mir, dass vielleicht auch besprochen wurde, dass ein anderes Modell gewählt wird, dass jede Partei, jede dieser vier Parteien halt auch Experten nominiert ist. Und dann wären wir halt wieder bei der Expertenregierung, die Martina Salomon schon erwähnt hat. Also ich glaube auch, dass es mit Kickl sehr schwierig gewesen wäre. Und ich glaube, der Auftritt von Pamela Rendi-Wagner am Freitagabend im ORF, der war einfach zu weit rausgelehnt und wird, glaube ich, auch schon parteiintern diskutiert. Ich meine, ich frage mich immer, was hätte sie... Opposition hat ja auch in so einer Situation die Aufgabe, irgendwie eine Alternative zu suchen. Was bitte wäre denn die Alternative gewesen? Und vergesst mal nicht, wer das Land auch in diese Lage gebracht hat. Das war nicht die Opposition. Aber Kickl ist schwierig. Da stimme ich der Frau Stüber schon zu. Aber ich glaube trotzdem, dass es in der SPÖ ein Nachspiel geben wird, weil die haben immerhin einen aufrechten Parteitagsbeschluss. Und der lautet, wir koalieren nicht mit der FPÖ. Bei der ÖVP ist es sehr viel verwaschener. Das halte ich für echt unglaubwürdig, jetzt so zu tun, als würde die ÖVP nie mit der FPÖ koalieren. Hat sie bekanntlich getan. Und um noch einmal auf die Viererrunde zurückzukommen. Wir wissen alle, wir haben es alle recherchiert, das war ein ernsthaftes Szenario. Auch geboren aus einer Emotionshaltung und aus einem Einigungsprozess. Also alle vier waren der Meinung, Kurz muss weg. Was danach passiert wäre, das hätte ich aber auch nicht gesehen. Wie die im Ministerreden sich unterhalten über CO2-Bepreisung, über 3G-Regel am Arbeitsplatz, wie die dazu beschließen. Oder was auch immer. Also das wäre wirklich nur eine Überbrückung. Also gestern hat mir ein hochrangiger SPÖ erzählt, Doris Bures wird Kanzlerin dieser Vierer-Koalition. Haben Sie sicher auch alle gehört. Und ich glaube, hat sich die ÖVP vielleicht gestern Nachmittag zu viel gefürchtet? Weil das ohnehin so nie gekommen wäre. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das war eine realistische Variante, dass die ÖVP aus dieser Regierung fällt am Dienstag. Und damit gar nichts mehr hat, sondern einen beschädigten Spitzenmann und keine Regierungsbeteiligung. Und das war einfach eine relativ pragmatische Frage. Ja, aber wenn es dann das andere zerreißt, dann wären sie ja wieder in der... Ja, aber ist das passiert, wer weiß, wie lange das hält. Und dann gibt es halt dann irgendwann doch Neuwahlen. Und dann kommt das vorher formuliertes Szenario, dass Sebastian Kurz dann wieder keine Mehrheit hat. Selbst wenn er auf Platz 1 liegen würde. Und was ja auch nicht fix ist, siehe Deutschland, wo sich Mehrheiten dann doch sehr rasch drehen können. Im Verlauf eines Wahlkampfs. Das ist jetzt alles nicht in Stein gemeißelt. Aber was ich nur sagen wollte, die letzten Tage vor dieser Entscheidung der ÖVP, Kurz in den Klub zu schicken, war schon, das war die Stunde von Herbert Kickl. Also der war in Wahrheit sozusagen der mächtigste Mann in dem Land, weil der hatte das in der Hand. Hätte er gesagt, er duldet eine Ampelkoalition, wäre das vielleicht dann sogar für die Grünen eine interessantere Option gewesen als weiter mit der ÖVP. Also der hatte das echt in der Hand. Und muss man auch einmal sagen, also das Nichtzustandekommen einer türkisblauen Regierung hängt ja nicht von Sebastian Kurz oder irgendwelchen ÖVP-Lern, sondern auch von Herbert Kickl. Herbert Kickl will nicht mehr mit Sebastian Kurz und mit der Kurz-ÖVP. Das heißt, theoretisch im Umkehrschluss gibt es irgendwann einmal eine andere Schallenberg-Länder-ÖVP. Ist natürlich eine schwarz-blaue Regierung wieder möglich. Aber... Irgendwann ist Corona weg. Sehe ich ganz genau so. Gerade zur Stunde des Herbert Kickl denken wir uns zurück. Herbert Kickl ist erst seit kurzem Parteiobmann. Wäre Norbert Hofer noch Parteiobmann, hätte es in den letzten Tagen vielleicht ganz anders ausgesehen. Dann könnte es sein, dass sich diese Vier-Parteien-Koalition sehr wohl gefunden hätte. Oder, dass die FPÖ fliegend zur ÖVP wechselt. Also ein ganz anderes Szenario. Also es war zu einem gewissen Teil sicher die Stunde des Herbert Kickl. Aber es hätte... Ist jetzt natürlich Kaffeesud lesend. Aber es hätte die Stunde des Norbert Hofer sein können, weil die FPÖ vielleicht viel tiefer im Spiel drinnen gewesen wäre. Auch in einem anderen Hinblick, weil nur die Anmerkung noch erlaubt, auch der Norbert Hofer hätte in der Hofburg sitzen können. Auch das wäre eine Möglichkeit gewesen. Und auch da denke ich dieser Tage ab und zu dran, wie gut es ist, dass er da nicht sitzt. Ich möchte jetzt Ihre These aufgreifen, das hält. Sie sagen, Sie glauben, das hält jetzt länger ohne Neuwahlen. Da hätte mich die Meinung aller anderen interessiert. Hält das? Die Chance, das hat der Kollege Herrmann geschickt gemacht, die Chance besteht. Es ist nicht so, die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten, der zur Verfügung stehenden Varianten, dass das jetzt etwas hält. Es ist derzeit kein Neuwahlgespenst da. Das Problem ist, dass kaum jemand Interesse an Neuwahlen jetzt haben kann. Wenn man sich an den Ausgang der Oberösterreich-Wahl anzieht und ansieht, was für eine Corona-Leugner-Partei mit der MFG jetzt in den Landtag eingezogen ist. Also, wenn man den seriösen Umfragen, die es ja auch gibt, in Österreich glauben mag, dann ziehen die aber sowas von geschmeidig in den Nationalrat ein, wenn jetzt Neuwahlen werden. Und da kann weder die FPÖ ein Interesse daran haben, noch alle anderen irgendwie ein Interesse daran haben. Ganz abgesehen davon, dass bei allen die Parteikassen ziemlich leer sind. Also, ich glaube, es gibt schon ein gewisses Interesse, dass es zumindest nicht möglichst rasch ist. Aber ich glaube auch, dass wir im Laufe des kommenden Jahres irgendwann wählen werden. Vielleicht im Frühling, wenn Corona dann auch nicht mehr so ein Thema ist. Ich glaube, wir haben schon so oft gesagt, dass jetzt eine ruhige Phase kommt, dass ich an das überhaupt nicht mehr glaube. Aber die Petra Ströber hat natürlich völlig recht. Die Parteikassen sind leer. Es ist ein schlechter Moment in Wahrheit für alle Parteien. Vielleicht für die FPÖ noch weniger, weil die FPÖ wird wahrscheinlich zulegen. Die muss ich aber wieder fürchten vor der MFG, die, solange die Pandemie noch andauert, und es auch einen Druck gibt, dass sie die Leute impfen gehen lassen. Und die ÖVP hat in Wahrheit keinen wirklichen Spitzenkandidaten oder einer, der zwar einen Märtyrer-Wahlkampf führen könnte mit Sebastian Kurz, aber trotzdem wahrscheinlich verlieren wird. Die SPÖ hat überhaupt eine völlig ungeklärte Situation, wo die Linie und wo der Spitzenkandidat ist. Für die Grünen auch durchaus haarig, dass sie dann nachher entweder nicht mehr in der Regierung sind oder auch etwas verlieren. Also wer kann, bei den NEOS weiß man nicht, die werden ungefähr gleich bleiben, hat man jetzt in Oberösterreich auch gesehen. Also so ein richtig super Interesse an der Neuwahl ist weder finanziell noch sonst da, denke ich mir. Ich glaube, die Argumente stimmen alle und es spricht so viel gegen Neuwahlen, vor allem aus den Positionen der Parteien. Aber ich fürchte, es wird schicksalhaft sein. Es wird unvermeidlich sein, weil diese Koalition zwischen Grün und Türkis oder Schwarz-Türkis, die von Anfang an unter keinem besonderen harmonischen Stern gestanden ist, die ist jetzt kaputt. Also ich glaube, das geht gar nicht mehr. Da wird man jetzt das Budget beschließen und vielleicht in den nächsten Wochen noch gute Miene zum bösen Spiel machen. Aber das Verhältnis zwischen Werner Kogler und Sebastian Kurz, das nie vergleichbar war mit Strache und Kurz, war nie harmonisch. Und jetzt ist es ganz vorbei. Also das sind tiefste, schwerste Verletzungen. Wie da gedeihlich viele Monate oder Jahre zusammengearbeitet werden sollte, kann ich mir nicht vorstellen. Also wird es schicksalhaft sein, dass wir irgendwann im neuen Jahr, wahrscheinlich nicht im Jänner, aber ich tippe auf erstes Halbjahr. Ich genauso bin zwar nicht dran, aber ich tippe auf Neuwahlen. Außerdem haben wir nächstes Jahr Zeit, keine Landtagswahl. Das wäre aber endlich einmal die Zeit auch zu regieren. Ich würde ein bisschen widersprechen, nämlich weil es zwei Prozesse gibt. Sebastian Kurz hat ja in den letzten Tagen nicht nur quasi die Republik in Geiselhaft genommen, schon seit längerem auch die Partei in Geiselhaft genommen. Wir dürfen nicht vergessen, auch die ÖVP ist Beschuldigte in all den Korruptionsermittlungen. Auch in der ÖVP gab es Hausdurchsuchungen. Es wird schon manche auch in der ÖVP geben, die einen Reinigungsprozess wollen. Die sagen, all diese Spielchen, all diese, wirklich dieses Sittenbild, das da gesehen wurde, wie das System kurz funktioniert hat, wie es an die Macht kam, wie es die Macht erhalten hat, mit all den Dingen, die da mit dabei waren. Es wird schon auch in der ÖVP Leute geben, die sagen, hallo, Moment. Er war zwar erfolgreich, aber wir haben uns ihm auch am Parteitag sehr ausgeliefert. Wir müssen uns da emanzipieren. Wir müssen auch eine ÖVP sauber, eine ÖVP neu machen, weil mit ihm als Saubermann, das ist klar, das funktioniert nicht mehr. Kurz ist Saubermann außer Dienst. Und die Märtyrerrolle hat vielleicht nach Ibiza funktioniert. Aber in Ibiza waren Strache und Godenus die Hauptdarstelle. Das hatte mit der ÖVP gar nichts zu tun. Jetzt steht die ÖVP im Zentrum der Ermittlungen. Da ist die Märtyrerrolle nur sehr bedingt glaubbar. Und all diese Überlegungen werden, so wie es jetzt ein paar Tage gedauert hat, bis die ÖVP-Kranten quasi zu einer Meinung kamen und sagten, Kurz ist nicht mehr Halter, das wird in der ÖVP auch sickern und die Lust auf Neuwahlen doch gravierend sinken lassen. Und es ist, glaube ich, fehlt nur der Spitzenkandidat. Also es fehlt die personelle Alternative, irgendjemand, der sagt, ja, ich mache das, ich übernehme das. Solange die nicht gefunden ist, glaube ich, wird er sich im Sattel halten. Übrigens für die SPÖ gilt das nur bedingt. Da sehe ich in Zukunft sehr wohl möglich neue Spitzenkandidaten, und zwar in Wien mit dem Finanzstaatrat Hanke oder aber dem Wiener Bürgermeister, der natürlich sehr gute Chancen hätte, auch in einer direkten Konfrontation. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass gerade die SPÖ unterstützt. Also Hans-Peter Toskozil hat diese Linie, sagt, ja, nein, wir sollten möglichst bald wählen. Wobei, was, Entschuldigung, muss ich noch einfügen, am Freitag bei unserem Kuriertag hat Michael Ludwig ausgeschlossen, Das haben wir schon zweimal Kuriert gesagt. Das dürfen alle anderen hier auch nennen. Nein, ich muss nur sagen, in welchem Zusammenhang. Er hat dort gesagt, er hat am Freitag gesagt, wurscht wo, dass er nicht in die Bundespolitik wechseln wird. Und er hat aber nicht ganz ausgeschlossen, dass Peter Hanke, auf das ich ihn angesprochen habe, wechseln wird. Also das hat er bisher nämlich eigentlich ausgeschlossen. Also es war ganz interessant. So viel Verständnis ich habe, wenn Chefredakteurinnen und Chefredakteure jetzt darüber, wer könnte, wo und wer würde. Es ist, kaputt ist ein Wort, das mich jetzt gerade, also das startet mich los. Weil kaputt ist so viel. Kaputt ist das Verhältnis zwischen Werner Kogler und Sebastian Kurz geschenkt. Sollen die beiden irgendwann einmal ein Bier trinken gehen, sich das ausreden. Das wird die Republik nicht mehr weiterbringen. Es ist so viel kaputt und es braucht einen Neustart. Wo ist die Transparenz? Wo ist die Integrität? Wo ist der Klimaschutz? Und es ist ein Problem dazugekommen, nämlich eine, wir diskutieren ja schon länger drüber und diese Inseratenkorruption wird jetzt mit der ÖVP verbündet. Das kann die SPÖ auch sehr gut. Muss man sich nur den Wiener Bürgermeister und die Stadt Wien ansehen. Auch da werden Inseratengelder verteilt, gerade nach Gutdünken, wo es passt. Das kann also die SPÖ gut, das kann die ÖVP gut. Ich würde sagen, auch das Verhältnis zwischen Medien und Politik ist kaputt. So, wenn jetzt sich keine weiteren Wechsel ankündigen, dann müsste jener Medienminister, der auch in den Chatnachrichten als Beschuldigter geführt wird, dieses System neu aufgleisen. Ich wünsche uns allen viel Spaß dabei. Das wird sich nicht einmal in Österreich ausgehen. Und deshalb glaube ich, dass das ein Schritt von vielen war, da werden noch ein paar kommen. Wir brauchen, glaube ich, ein neues Transparenzgesetz. Wir brauchen eine Medienförderung, die diesen Namen verdient. Und wir müssen hier aufräumen. Das glaube ich auch. Ich glaube, der Unterschied zur SPÖ ist schon auch der, dass es hier um wirklich strafrechtliche Vorwürfe geht. Es geht um Scheinrechnungen. Und nebenbei geht es um gedürgte Umfragen und wie sie halt irgendwie unter die Leute gebracht wurden. Aber was ich noch sagen wollte, ich glaube, wenn die Grünen sich ernst nehmen, dann müssen sie diesen Transparenzprozess auch jetzt starten. Auch mit der ÖVP in der Regierung. Ich glaube, die müssen jetzt einfach darauf bestehen, dass wirklich auch in den ÖVP-regierten Ressorts einmal ordentlich aufgekehrt wird. Und dass man dort hineinschauen kann. Und ganz sicher wird wahrscheinlich das Parlament in diese Richtung agieren. Und es wird die Frage eines Untersuchungsausschusses aufkommen. Also ich bin sehr gespannt, wie dann die Grünen mitstimmen und wie lange das dann diese Koalition noch überlebt. Ich muss an der Stelle Medien, ich muss nicht. Aber ich mag es einfach, ein Thema kurz einfügen. Ich nehme an, Sie wissen, was jetzt kommt. Es hat natürlich Diskussionen gegeben, wie gehen wir mit der Rolle des Chefredakteurs der Tageszeitung die Presse um, nachdem da einige Chats aufgetaucht sind. Bevor ich es lange erkläre, gebe ich Ihnen die Chance, das selbst zu erklären. Was war Ihre Rolle in dieser ganzen Krause? Das ist durchaus unangenehm, aber ich möchte nur ein Prinzip einmal festhalten, dass es in der Presse eine ganz klare Trennung, harte Trennung zwischen Anzeigenverkauf und Redaktion gibt. Die ist ganz hart und die wird fast religiös bewacht durch ein sehr starkes Redaktionsstatut und einen Redaktionsausschuss und eine sehr selbstbewusste, kämpferische Redaktion. Und das führt mich zum Thema zwei. Also Interventionen, die da beschrieben angerissen werden und die natürlich, auch Ihnen nicht zu sagen, Herr Bürger, immer wieder in Österreich passieren, und zwar nicht in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft, die gehen in der Presse in die Chefredaktion und bleiben dann aber dort. Das ist nicht nur in der Presse so. Entschuldigung, natürlich. Die Trennung von Anzeigen und Redaktion, das ist ein Heiligtum für Medien, die sich selbst ernst nehmen und die seriös sind. Und das muss auch so sein. Also ich denke mir trotzdem, wahrscheinlich wird man auch über die Rolle der Medien reden müssen. Manche Medien haben vom System Kurz profitiert, andere Medien nicht. Die wollten das auch nicht. Ich glaube, eine gewisse Distanz ist immer gut zu den Regierenden zu halten. Es gab in manchen Bereichen zu viel Nähe. Ich bin sehr happy, dass das für den Standard nie ein Thema war. Das heißt jetzt, alle möglichen Interventionen, Versuche des türkisen Teams bei der Presse und vielen anderen Umfragen unterzubringen in diversen Zeitungen, die stimmen nicht. Das kann man ja in der Tageszeitung nachlesen. Also es gibt ja quasi einen Beweis, um diese Umfragen, um die es da geht, diese gedürgten Umfragen, die sind nicht bei uns in der Zeitung gelandet. Und was ich mir persönlich vorzuwerfen habe, ist, dass ich 2016 von einer hochrangigen SPÖ-Quelle einen Zund, wie man so schön sagt, bekommen habe, dass es da irgendwie offenbar Unregelmäßigkeiten im Finanzressort gegeben hat. Ich habe das damals anscheinend nicht auf den Boden gebracht. Es erschien dann auch ein Text von mir. Und in diesem Text habe ich mich, wie oft, ein bisschen lustig gemacht über die Situation und habe dann aber sogar geschrieben, dass es da offenbar schon eine sonderbare Situation gibt. Ich habe wörtlich geschrieben von einer PR-Umfragen oder PR für die Himmel-Podcast, also das Finanzressort. Und bin dem aber und habe sogar aufgelistet, die Umfragen, die wirklich klangen, als wären sie bezahlt worden. Und bin dem aber nicht nachgegangen. Es hat auch niemand aufgegriffen. Und erst die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat das dankenswerterweise jetzt recherchiert. Es ist ja, die Teile dieser Nachrichten sind ja auch in den Chats nachzulesen. Also Rainer Nowak kommt da vor. Ich will das jetzt gar nicht zu weit thematisieren. Aber ich stimme dem voll zu, was der Herr Rittmann und die Frau Stüber gesagt haben. Eine der Konsequenzen dieses ganzen Systems, das da aufgedeckt worden ist, dieses hoffentlich einsetzenden Reinigungsprozesses, muss natürlich auch uns Medien umfassen, muss natürlich auch das Verhältnis von Medien und Politik umfassen. Denn es gibt Medien, die profitiert haben. Es gibt Medien, die mit unlauteren Methoden gearbeitet haben. Und dieses System, das es in Österreich einmalig gibt, das ohne Qualitätskontrolle, ohne Transparenz, Millionen ausgeschüttet werden an Inseraten, dieses System verleitet quasi geradezu nach Geschenken in einigen Richtungen. Nicht ohne Grund ist auch die Mediengruppe Österreich Teil der Ermittlungen, ist auch Teil der Hausdurchsuchungen gewesen. Auch hier, man muss es immer dazu sagen, gilt die Unschuldsvermutung. Wenn man sich allerdings manche Schlagzeilen ansieht, in manchen Medien, gerade in Medien wie Österreich, dann hatte das mit Journalismus nichts mehr zu tun. Da war von Wunderwutze die Rede, da wurde wirklich jemand hinaufgeschrieben. Und auch das würde zu einem Reinigungsprozess gehören, dass man da zu einem sauberen und transparenten System gehört. Es wäre hoch an der Zeit. Sie haben natürlich recht, das hat nicht Sebastian Kurz erfunden. Auch Werner Faymann war da wahnsinnig gut darin. Auch Werner Faymann stand unter Ermittlungen. Die wurden dann eingestellt, wegen mutmaßlicher Inseratenkorruption. Aber nur weil es nicht die ÖVP und Sebastian Kurz erfunden hat, ist ja das kein Grund, da jetzt nicht wirklich endlich die Gelegenheit zu nutzen, damit aufzuräumen. Da muss man schon wirklich dazusagen, wie Sie es erwähnen, das reicht jetzt ins Kriminelle. Diese Mediengruppe, die Sie genannt haben, das hat mit Journalismus wirklich nicht einmal im weitesten Sinne was zu tun. Das ist Geschäft. Das sind Zeitungen, die nur davon leben und nicht wie wir von, in erster Linie von Abonnenten und Käufern. Da werden jetzt Dinge dargestellt, die schon wirklich erschütternd sind und die uns allen miteinander nicht gut tun. Das ist schon klar. Aber da ist offenbar was Kriminelles passiert. Es gilt die Unschuldsvermutung, muss man immer dazusagen. Aber dass hier wirklich gedürgte Umfragen ins Blatt gerückt wurden und dann noch das Ganze gesponsert wurde vom Finanzministerium, ist natürlich unglaublich. Wir sind gerade Zeugen eines anlaufenden Krieges zwischen Österreich und der Kronenzeitung. Ich wollte gerade sagen, der ist nicht ein sehr schönes Garten. Der mit ziemlich harten Spandagen abführt wird. Es kann sich halt diese Mediengruppe jetzt hier nicht verteidigen. Trissert möchte ich zurück zu Sebastian Kurz. Nein, darf ich noch schnell was sagen? Das halte ich nämlich nicht für unwesentlich. Ich glaube, zwischen Kronen und Österreich, da wird jetzt noch unglaublich viel Schmutzwäsche gewaschen werden und da wird auch die Ibiza-Geschichte noch einmal mit eine Rolle spielen. Und wenn man heute das Fellner-Blatt liest, dann ist ja schon einiges da ersichtlich dran. Ich wollte nur einen Punkt noch sagen. Wir haben heute zu dieser Inserat-Geschichte auch ein Inserat geschaltet, weil es uns wichtig war. Man kann bei uns ein Inserat kaufen, aber nicht die Redaktion. Und das ist wirklich wichtig, dass wir das alle darstellen. Auch wir. Man kann auch keine Umfragen bei uns kaufen. Und wir zahlen für Umfragen. Wir proben nur welche ab, die wir selber gezahlt haben. Und uns zahlt natürlich niemand dafür. Aber auch im Presseclub Concorde haben wir seit vielen, vielen Jahren gesagt, die Presseförderung muss auf eine neue Basis gestellt werden. Und wurden nicht einmal... Die Politiker, die wir eingeladen haben, die sind nicht einmal gekommen. Also wir wurden da überhaupt nicht ernst genommen. Und vielleicht ist jetzt der Punkt gekommen, dass das einmal wirklich ordentlich besprochen wird. Martina Salomon-Saxe, es gibt jetzt die Chance, das ernst zu nehmen. Es gibt morgen eben wieder im Presseclub Concorde eine Diskussion dazu. Der Andi Kaltenbrunner hat Daten dazu erhoben, hat Studien gemacht, die einige unserer Medien auch nicht auf den Inhalt, muss man auch da sagen, Einfluss nehmen konnten, aber sie ermöglicht haben. Es lohnt sich, das anzusehen, wenn es auf der einen Seite 8 Millionen nach dem Gesetz verteilte Presseförderung gibt. Und auf der einen Seite 300 Millionen, die vergeben werden, ohne Qualitätskriterien. Dass dieser frivole Topf früher oder später einigen auf den Kopf fällt. Die Runde ist so wahnsinnig schnell vergangen. Wir haben nur noch drei Minuten. Jetzt möchte ich trotzdem noch einmal mit Sebastian Kurz enden und fragen, kann er noch einmal Spitzenkandidat für die ÖVP sein, zum Beispiel nächstes Jahr bei Neuwahlen, oder geht das nicht? Ist er ein Kurzparker oder kann er ein Dauerparker sein? Er meint, dass er in der Kurzparkzone steht und irgendwann kommt die Polizei und sagt ihm, dass er auf den Dauerparkplatz wechseln soll. So ist es. Also ich bin beim Kollegen Riedmann, ich glaube das auch nicht. Das ist so eine Dynamik in den Geschehnissen drinnen. Wir wissen nicht, was noch kommt an Chats, was noch kommt an Vorwürfen. Und ich glaube, dass er seine Rolle momentan gerade überschätzt. Es wird einen Denkprozess einsetzen bei den Landeshauptleuten, bei den anderen Parteigranten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch einmal Spitzenkandidat wird. Auch wenn sich das vielleicht aus heutiger Sicht so darstellt. Aber in the long run, glaube ich, geht sich das nicht aus. Und der ÖVP glauben das heute, also heute Sonntag noch viele? Das kann schon sein. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss die Entwicklung an der kommenden Wochen und Monate abwarten. Und da wird sich dann möglicherweise eine andere Erkenntnis daraus ergeben. Und rein moralisch finde ich ihn verbrannt. Also das geht sich überhaupt nicht aus. Und beim Kurzparkplatz zu bleiben, da steht er jetzt drinnen und hat aber den Blinker draußen, glaube ich. Und würde jederzeit wieder rausfahren wollen. Aber da kann sein, dass der Lastwagen vorbeikommt. Und der Lastwagen ist die Justiz? Aber das Stichwort Justiz finde ich ganz wichtig. Also ich glaube auch, er kann zurückkommen, wenn die Ermittlungen eingestellt werden. Und ich glaube schon, jetzt muss man auch mal appellieren, es kann nicht sein, dass man jahrelang etwas in der Luft hängt. Jetzt ist gerade der GAK-Chef, sind die Ermittlungen nach zehn Jahren eingestellt worden. Also ich würde auch einmal fragen, wo ist eigentlich die verschollene Frau Justizministerin, damit da auch irgendwie das einmal bereinigt wird, das muss bitte schneller gehen, damit man irgendwie nicht ewig jemanden, da gibt es ja auch viele, die quasi nur nebenher ein bisschen beschuldigt sind. Das sind Spitzen-Top-Manager, die jahrelang in der Luft hängen. Ich glaube nicht nur zwischen Medien und Politik, sondern auch die Justiz, muss man mal genauer anschauen. Es sind auch etliche Dinge in Wild-West-Manier passiert, Redaktionsgeheimnis verletzt worden und Dinge gemacht worden, die ich... Aber wollen Sie damit sagen, wenn es schneller ginge, dann kann er doch mehr antreten? Ich glaube schon, wenn es schneller ging, was ich bezweifle, bei unserer Justiz, weil ja alles einmal zehn Jahre dauert und jedes einzelne Ergebnis von 300.000 Chats des Herrn Schmidt wahrscheinlich noch, bis das letzte SMS in den Medien veröffentlicht wird, vorher wird quasi um den Kurz herum, wird das Problem nicht beseitigt werden. Was ich übrigens aber auch für ein Problem halte, dass jede Ermittlung, die zum Teil überhaupt nichts mit inkriminierten Dingen zu tun hat, irgendwie geleakt wird. Also was ist das für eine seltsame Justiz? Die Justiz hat sehr gründlich. Jeweils 20 Minuten, ah, Sekunden. Ich finde es gerade bei diesen gravierenden Vorwürfen gut, wenn die Justiz in Ruhe arbeitet und wenn sie auch in Ruhe arbeiten kann und gerade die ÖVP ihre Untergriffe gegen die Justiz einstellt. Es handelt sich um schwerwiegende Vorwürfe, das wird dauern. Und ob die Ermittlungen eingestellt werden oder ob es zu einer Anklage kommt, das weiß im Moment noch niemand. Das wird dauern und so schnell, wie der Kollege Herrmann gesagt hat, steht der Lastwagen der Justiz vor einer allfälligen Rückkehr. Das wird sich nicht ausgehen. Es wird eine Anklage geben, denke ich. Wir werden sehen. Und dann wird es darauf ankommen, ob es einen Freispruch gibt oder nicht. Und nach einem etwaigen Freispruch könnte er es versuchen in der eigenen Partei. Ob das dann noch gelingen wird, wird es sich weisen. Einen einzigen Satz noch. Ich habe das mit dem Lastwagen nicht verstanden. Was ist, wenn der vorbeifährt? Kann er doch ausparken? Kann er rausfahren, ja. Ah doch, okay. Das hätte ich sonst... Ich glaube, der parkt jetzt... Er wird genau schauen lassen. Und blockiert ihn. Gut. Danke an diese Runde fürs Mitdiskutieren. Wird sicher nicht die letzte Runde sein in Tagen wie diesen. Jetzt kommt hier das Hohe Haus. Studiogast ist die grüne Klubobfrau. Sie geht Maurer, wird sicher spannen. Und Kajan Kreiner von der SPÖ. Bei Claudia Reiterer im Zentrum heute Abend ebenfalls natürlich das Thema. Kurz Rücktritt, die Regierungskrise und ihre Folgen. Gäste sind Rudi Anschober, der Ex-Minister. Wolfgang Peschern, auch der Ex-Minister. Irmgard Gries, die frühere Präsidentschaftskandidatin. Und einige noch mehr. Die Zeit ist leider schon vorbei. Einen schönen Vormittag noch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017